Musik Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange. In der letzten Folge wurde Chloe fast von einem Zug überfahren. Aber wir haben sie in letzter Sekunde gerettet mit unseren coolen Fähigkeiten. Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind jetzt gerade hier in der Schule und wollen uns im Labor mit Warren treffen. Und ich glaube, das Labor ist hier. Hier ist übrigens noch dieser Mr. Jefferson, der telefoniert noch. Hallo? Sehen Sie uns? Yes. Juckt ihn gar nicht, dass wir einfach da stehen. Okay. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen ins Labor. Das müsste eigentlich das Labor sein, oder? Ja, da ist Warren. So, also hier ist Warren. Ich weiß nicht, ob wir uns hier irgendwie noch umgucken müssen. Aber ich würde einfach sagen, wir sprechen mit Warren. Hey Warren! Hey Warren! Also ich war noch nie so gut in Chemie, äh, ich würde einfach sagen, ich weiß es nicht. Warren, this seems kind of dangerous. You might as well flip a switch, Frankenstein. Oh, ich wette, jetzt passiert was und wir... Wir müssen jetzt die Zeit zurückdrehen. Okay. Wir müssen anscheinend echt die Zeit zurückdrehen. So, sprech. Hey Warren! Okay, ganz viel Kalium muss da auf jeden Fall rein. Und? Tja, ich wusste es halt von Anfang an. Wow, das war's jetzt? Ich dachte, hier passiert irgendwas. Okay, ich glaube, wir müssen dann zurück in den Unterricht. Hey! Er telefoniert immer noch, alles klar. Dann gehen wir einfach mal hier und reden. Oh nee, wir können nicht mit ihr reden. Hey, Klasse! Alles klar. Ich will mit ihr reden. Warum sollte ich ein Foto von ihr machen? Mach ich einfach mal. Interessiert sie gar nicht, dass ich einfach ein Foto von ihr mache? Okay, reden wir mal mit Dana. Ja, dann posieren wir. Moment, ist das Nathan? Unsere beiden Lieblingsfiguren. Ey, geht doch einfach weg. Okay, setz dich mal hin, Maxi. Nathan und Victoria, also. Die passen perfekt zusammen, vom Charakter her. Kate! Oh ja, das ist sehr weird. Okay, ja und was sollen wir jetzt hier machen? Hallo? Ey, da ist Warren. Der ist doch gar nicht an unserem Dings, oder? Hi. Okay. Ich bin der Herr, also. Aber wenn du nicht in dieser Klasse bist, dann schau dir das. Alle, bitte, sitz dich. Vielleicht, ich bin der Lied. Tschau. Ich sehe alle die übliche Angelegenheiten hier. Hat jemand gesehen Kate Marsh? Ich denke, alle hat Kate Marsh gesehen. Sie ist nicht gut. Ich habe mir eine Nachricht von Chloe. Sorry. Was haben wir hier gemalt? Wow. Okay. Sieht gut aus, Max. Ups, ich glaube, wir sind das. Ey, ich kann nicht mal für's reden. Ja, ja, ja. Ja, bleibt sitzen, Leute. Oder auch nicht. Okay, irgendwas passiert anscheinend im Mädchenwohnheim. Ich habe irgendwie Angst. Kate! Ja und was soll ich machen? Ach Kate Wow, was ist jetzt los? Die Zeit ist stehen geblieben Wow Okay Okay, Max Okay, Max, Lauf Wow, das sieht krass aus Oh, wir können hier nicht durch, hier sind Vögel im Weg Oha Wow Okay Hey Wow, aufs Dach Oh oh, wir müssen jetzt Kate irgendwie retten Oh nein Yes Okay Nein, 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 Kate Nein, nein, nein Hey, Katie Kannst du bitte nicht springen? Oh nein, was passiert mit uns? What are you doing here, Max? Stop Don't come near me Not now It won't work I don't have any power Now I have to do this by myself Max, seriously, don't come near me I will jump Okay, okay I'm right here Kate, please Oh, Max I know you want to help me I love that you stepped up to David But it doesn't matter now Nothing matters Nothing matters You're important You matter And not just to me I do want to believe that Kate, your life is still yours And we can get through this together Oh, I have Gänsehaut Let me help I'm glad to hear you worry about me That makes me feel better You're my friend Of course I worry You're my friend, Kate I did feel better talking to you on the phone I always feel like you really listen Nothing Please trust me Come stand by me, okay I can help you now I know I can This morning I I erased the weblink to the video It was written on the shower room mirror That's your story now How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing Zu gefährlich I sammle Beweise I was not sure I needed more time I sammle Beweise Kate, I'm gathering proof That Nathan Prescott drugged you And you're not the only victim So you have to help me take Nathan down Nathan Prescott That makes sense He's a scumbag You have proof now? Soon Then straight to the police Think of it like We're cleansing Blackwell You do have my back Max That's the first time I've felt hopeful In a week Yeah, it's come down We all need to have Each other's backs So I want you to come with me now Please You don't have to do this Max I'm in a nightmare And I can't wake up Unless I put myself To sleep Hör auf Then everybody a Blackwell Composed pics of my body Morning on the internet forever No wonder they call it a web Nothing can ever get out Like my video I wish I could go back in time And erase everything I don't know what I'm going to do Sei einfach stark Komm jetzt runter Ja Ja Haben wir es geschafft Deine Mutter Dein Vater Deine Brüder Deine Schwestern Ja Keine Ahnung Deine Schwestern Style Komm runter Ja Ja We haben es geschafft What are you talking about You saved me from talking in class Boah, ich hatte echt gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich schon zugeben. Aber wir haben Kate gerettet. Sehr gut, Leute. Haben wir gut gemacht. Nö, das mag ich. Ja, real hero. Ja, deine Schrift. Ja, deine Schrift. Ich weiß, dass du nicht erwartet wirst, was deine Studenten durchführen. Aber Kate hat dich in der Klasse unterstützt, also sollte du wissen, dass etwas falsch war. Herr Prescott, da bist du für die Vortex Club-Partys, und da ist Frau Marsch die letzte Partys, und was mit mir? Oh-oh. Oh-oh. Wir können ja... Wen wollen wir jetzt verraten? Also Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, dafür haben wir keine Beweise. Ja, okay, wir haben für alles eigentlich keine Beweise. Sie weinte wegen Jefferson, David hat sie gemobbt. Sie hat ja wegen Jefferson geweint. Ich... ich sag jetzt einfach das hier. Ich... ich sag jetzt einfach das hier. Ich... ich sag jetzt einfach das hier. Sie sagte mir, Max war die einzige, die glaubte sie. Ich würde sie holen, und eigentlich hörte sie. Sie sollte nicht auf den Video sein, Macken mit einigen Mann. Sie sollte nicht auf den Video sein, Macken mit einigen Mann. Sie sollte nicht auf den Video sein, Macken mit einigen Mann. Sie sollte nicht auf den Video sein, Macken mit einigen Mann. Max war richtig, dass wir das hier bringen. Ich wollte mir helfen, aber ich glaube, ich war zu late. Nun, das ist jetzt problematisch. Die Publikität ist aufzunehmen, und vielleicht... Du solltest nicht auf Blackwell representieren, bei der Everyday Heroes Contest in San Francisco. Oh... Ich bin. Wir brauchen keine negativen Presse über diesen Event. Und wir brauchen die Akademie in möglichen Disziplinärien Maßnahmen für dich. Ich verstehe. Und es gibt größere Dinge als ich, als ich. Die Leben von einer jungen Frau, für einen. Vielleicht sollte man auch andere Fachkräfte unterscheiden. Max hat mir gesagt, dass sie etwas über Mr. Madsen wusste. Lass Max für sich selbst sprechen. Alles, was wir hier hier gesprochen haben, werden wir in den Augen. All right, Miss Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Oh nein. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Deswegen werde ich jetzt mal noch eine andere ausprobieren. Einfach mal gucken, ob sich irgendwas verändert. Bla bla bla. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Entscheidung. Wir werden jetzt einfach mal Nathan verraten. Mal gucken, was dann passiert. Oh-oh. Oh-oh. Okay, so... Okay, so... Ich glaube, die Auswahl ist nicht so gut gewesen. Also ich würde doch bei dem davor bleiben. Oder sollen wir nochmal die andere Möglichkeit ausprobieren mit, ähm, mit dem Security-Typen, ne? Wir probieren einfach noch die letzte Möglichkeit aus. David hat sie gemobbt. Okay, so machen wir mal. So machen wir mal. Und das stimmt nicht mehr. Und das stimmt nicht mehr. Ja, okay, ich glaube, ich würde... Ja. Ich glaube, unsere erste Auswahl war am besten. Also ich nehme doch einfach die erste Möglichkeit, die wir genommen haben. Bei den anderen komme ich immer ganz schön schlecht weg, deswegen... Sagen wir einfach mal das hier. Wir unterschreiben einfach mal. Immer diese Autogramme. Well, I think we know less now than when we started. Will be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Okay. Puh. Also, die Folge war ganz schön... Stressig. Und ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss! Tschüss!